Es soll die 99 plus stehen und dann sind wir wieder drinnen. 99 plus. Egal welches Talent ihr habt, egal welches Talent ihr habt, es ist egal. Wenn ihr der Meinung seid, ihr habt ein Talent, schickt Anfragen und kommt hier rein. Zeig's uns. Komm, ich soll's mal fixieren, oder? Was hin? Ja, Mann. Gute Idee. Neue Reise, schenken, was abgeht. Gut mitgedacht, Herr Schwarz. Teenager Forever Talent Show. Aschrapper. Quarantäne. Quarantäne. Aber ich nehm auch mehr. Der eine schreibt zu dem, der gehört, was es zu gewinnen gibt, schreibt da einfach so, okay, Bruder, das war's, ich so auf mich tot. Ich hab die Reise gescreenshortet. So. Das Ganze fixieren wir mal hier. Er bleibt stehen. Los, jetzt. So. Ich würde sagen, wir holen die ersten Leute rein, oder? Rein mit denen, ja. Ach so, aber warte, wenn ihr rappen könnt, oder singen könnt, dann ist das natürlich auch ein Talent. Könnt ihr auch zeigen, ist gar kein Thema. Heute suchen wir einfach nur, egal welche Talente. 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 Genau so. Okay, Trim. Wähl mal aus. Okay. Geh mal ein bisschen nach unten. Und stopp. Und stopp. Flame, was sagst du? Wo? Flame, in der Mitte ungefähr. Flame, es ist deine Show. Der erste Besucher. Der erste Besucher. Wo bist du, Flame? Aber jetzt nur am Wochenende, wie immer. Flame, wir warten auf dich. Flame. Und Flame kommt nicht. Das war's. Deine Chance ist vergeben. Der Druck war zu groß. Wir holen uns die Nächsten hier rein. So. Sag die Nächsten hier rein, den Kosovare. Wir warten jetzt. Du bleibst der. Da ist er. Da ist er. Was ist dein Talent, Bruder? Jungs, ich hab doch grad geschrieben, ja. Ich hab doch grad geschrieben. Ich bin noch kacken, Jungs. Bruder, danke für deine Teilnahme. Auf jeden Fall mehr so zusammen. Der erste Besucher war Livestream beim Kacken. Kacken bei Livestream. Hey, das fällt schon super an. Der sagt, ich hab doch reingeschrieben. Kacken bei Livestream. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Okay, wir holen die Nächsten hier rein. Der erste war schon super. Bam. Man, der official. Der erste war's. Der erste war's. Der erste war's. Was geht, Bro? Wo ist der Beat, Bruder? Sofort, Bruder. Ich mach den grad an. Okay, okay. Wir warten hier alle. Ich hab den Patricks gezeigt, Bruder. Jetzt bin ich gespannt. Herzschlag, Trommelwirbel, Leute. Trommelwirbel, ey, ey. Okay, ich fang an, Bro. Ja. Wir sind da. Okay. Ey, ey, ey. Gib mir mal nie Fluss. Keine Zeit, weil ich auf Party muss. Eins, zwei, drei, los. Kicke, Patzen, Autos. Deine Jungs sind Schmodder. Meine sind in Zeiten. Patri, jeder muss auf Patri. Betran, gib mir Lila-Scheine, denn sie schmecken lecker. Trabson, Axarai. Meine Jungs sind Piskopats. Kommen mit Waffen rein und ziehen die ein paar Scheine ab. Asozial, wie ich mittlerweile flow. Deine Meinung interessiert. Ich geh auch niemand auf dem Flow. Nedjus sind Baba. Zählen mein Parade. No time für Ficha. No time für Kachba. Armandu grad am Tribbelbinder machen. Was für Schille. Was für Droger. Was für Kippen. Gib mir Beats. Schicke grad die Lage. Hör gut zu was. Was ich dir sage. Keine Nukte sonst noch Kacke. Eide Dami Parade. Ne! E aventurier! E aventurier! Digga. Ist ein dicker Offenblick. Wir müssen unsere Liste aufmachen. Wir haben den ersten Teilnehmer... In unserem Contest. So. Etmando. Offiziell. Mann, du sagst dein Teilnahme, Bruder. Falls du gewinnst, wenn du dich benachrichtigst. Meine Bro. Danke dir! Wir hören uns und es geht weiter! Wo seid ihr heute? Hat schon mal gut angefangen. So, wen nehmen wir rein? Trim. Ich hätte Bock auf einen Nichtrapper. Mach das, was du denkst. Das sind nicht zu viele offiziellen. Trim wählt sich einen aus. Den nächsten Gast der Teenager Forever Talentshow. Lassen wir das hinzufügen. Let's go! Der Trim hat jemand ausgewählt. Und los geht's. Los geht's. Hallo! Was ist dein Talent? Wie geht's dir? Wir haben die nächsten Teilnehmern! Was ist dein Talent? Ich hab kein Talent leider. Ey! Ey! Vielen Dank für die Teilnahme, aber... Out! 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 Nein, das ist scheiße! Ja, dankeschön! Danke! So! Wir holen den nächsten rein. Ey! Ganz kurze Ansage. Wenn ihr irgendwelche Freunde habt, die Talente haben, irgendjemanden, holt die hier rein, schickt in den Stream und sagt, ey, mach da mit! Was haben die Scheiße? So! Weiter geht's! So, wir nehmen hier den Kollegen rein. Gib dein Bestes, Bro! Gib dein Bestes! Gib dein Bestes, Bro! Was geht ab? Wir haben die nächsten Teilnehmern! Ja! 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 Let's go! Yunus, was ist dein Talent? Warte, warte, warte! Warte! Teenager Forever, Udi ist da! Wo ist dein Talentkeule? Teenager Forever! Warte, wir machen dir den Beat an! Tanz nochmal vor Spiegel! Los geht's! Oh shit! Noch nicht! Warte! Tusch mercantiert! Tusch ei, salня! Warte, nur war ein demande. stellst uns immer wieder auf und dann, es war kein Problem. Das ist doch klar! S resistance, Warte, warte! Hey, 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 hey. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Danke, Eunice, für die Detailung. Hey, du gehörst zu den Top 3 auf jeden Fall. Hey, Eunice. Du kriegst auch sowas. Ganze Kollektion. So, wir holen den nächsten hier rein. So. Wir holen den Djemo hier rein. Ich schreibe die Namen jetzt auf. Die ganze Zeit, ich vergesse ich das immer. So. Hey. Oh, Djemo, was geht? Oh, Djemo, was geht? Was ist dein Talent, Keule? Ich kann Beats machen, Bra. Ja, mach mal jetzt ein Beat live. Live? Live. Okay. Wow. Super Leistung. Nice. 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 Sehr unterhaltsam. Danke für deine Teilnahme, Djemo. Du gehörst auf jeden Fall nicht zu den Favoriten. Wir suchen Talente, Leute. Talente. 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 Talent. So, fresh Johnny. Fresh Johnny, du bist dein nächstes. Fresh. 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 So, was läuft, was ist dein Talent? Johnny. Oh, Johnny. Okay, was macht er mit dem Ei? Oh, damn. Das ist ein Holzspitz aus Japan. Aha. Das ist traditionell. Ja. Und man versucht es in Geschicklichkeit zu spielen. Man versucht die ganze Zeit entweder das auf diese Cups hier drauf zu machen. Aha. Oder du versuchst hier dieses Loch zu treffen mit der Spitze. Okay. Und du bist Pro da drin, sagst du? Wow. Ali, ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Mach mal Lampen für Johnny. Let's go. Let's go. Wow. Ah, Alter. Wow. Oh, damn. Oh, heck. Damn, son, where you find this? Find this. Und dann versuch. Versuch. Komm. Oh, shit. Oh, shit. Okay, okay. Freak, Johnny. Danke für deinen Feinladen. Danke für das Holzspiel. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt... Tausend. Wir brauchen zwei. Tausend. So. Der nächste. Der nächste. David, du bist drinne. Schreiben wir auf David. Und wo? Yo, was geht? Ich hab ein mieses Instrument, was ich spielen kann. Instrument? Wie heißt das, Bro? Äh, soll ich zeigen? Ja, zeig mal. Oh, Blockflöte. Zeig mal her, was du kannst. Okay, okay. Aber nicht zu viel erwarten, okay? Let's go. Okay. Warte. Ich bin gespannt. Danke schön, David, du... Yeah! Okay. So sind meine Träume gerade geplatzt. Broken. So kuss mich. Schöne, nix, Geule. Ich brauche doch die. Ich lebe es gut. Aber in der Wochenende, wie immer. Okay, Leo, hol mal wieder einen raus. Wir nehmen ein Talent. Henrik. 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 Das ist deine Chance. Let's go. Henrik, das ist deine Chance. 6 p.m. Teenager Forever. Was du willst, Geule. Oh, dang. Let's go. Let's go. Henrik ist raus. Out. Henrik is out. Out. Wir holen die nächsten hier rein. Gar kein Thema. Okay, Geule. Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Sag der nächste. Pepe. Was hast du drauf, Bruder? Ich mach Videos. Okay, wie kannst du uns jetzt dein Talent zeigen? Talent. Keine Eigenwerbung. Ciao. Ja. Ja. No cloud. No cloud. No cloud allow. No cloud chasing. No cloud chasing. Ouch. Ja, so kommt das mal wieder. Wenn man Tori-Lane auf Wuschbüschchen kommt, dann kommen wir einfach. Ist egal. Selbst die Bushändler machen Geld. Arbeiten am Wochenende. Arbeiten am Wochenende wie immer. Arbeiten am Wochenende wie immer. Wir brauchen den Nächsten. Ich glaube, die merken, die haben kein Talent. Albert, ich habe ein Lübchen. Den Nächsten hier rein. Ja. Ich habe das Scheiße gekostet. Was läuft, was läuft, was läuft. Was geht? Bruder, hier, Talent-Shop. Hast du ein Talent für uns, was du uns präsentieren kannst? Bruder, ich habe kein Talent leider. Deswegen muss ich ausscheiden. Aber ich wollte nur grüßen. Albert, dir verzeihen wir das, mein Lieber. Du hast unsere Träume auch gefickt. So. Broken, broken. So, wir holen den Nächsten rein. Werbeunterbrechung. Werbeunterbrechung, kurze Werbeunterbrechung. Wir sind bei 1900. Knacken wir euch. 2, 2, 2. Was läuft, was läuft, was läuft. What's up? Ich kann Gitarre spielen, gell? Aber ich habe es mir selbst beigebracht. Also ich bin nicht so gut. Die Talent-Show, hier geht es nicht um Ausreden. Hier geht es um Talente. Talente, Talente. Talente. Ich versuche es. Ich kann Dings nicht so gut zeigen. Ich kann aber meine Kamera nicht so gut. Okay? Hör zu, ey. Hör zu. Wartet, ganz kurz, bitte. Wartet, ganz kurz, bitte. Wartet, ganz kurz, bitte. Wartet, wartet. Denn so, wir wissen es ist. Wartet, ganz kurz. Ahhhhhhhhh!!! Macht noch mal lehr am Summer Jam im Chat! Summer Jam! Summer Jam! Summer Jam! Wir holen die Nächsten hier rein. So, wir holen die Nächsten hier rein. In die Talentshow! Wir brauchen Talente, wir brauchen Talente. Talente, Talente, Talente. Oh, der David ist wieder am schreiben, Aslan im Summer! Leute, kriegen wir den Nächsten hier rein. Was sagt Bruder, hast du dein Talent? Wir haben die 2. Wir haben die 2. Einen, einen. Sag uns dein Talent, Bruder. Ich will den Männern was sagen da draußen. Die jetzt so alleine zu Hause sitzen und denken, wie kann ich eine Frau daten. Das Talent ist es, die Frauen zu überzeugen. Es ist jetzt zur Zeit Corona-Zeit. Das ist die beste Zeit für uns Männer. Wisst ihr warum? Hört ihr mir um zu. Guck mal, normalerweise, wenn du eine Frau nach Hause kriegen willst, beim ersten Treffen, sie sagt, ich komme nicht direkt beim ersten Treffen zu dir nach Hause. Okay. Bruder, ihr müsst einfach sagen, ihr müsst einfach sagen, guck mal, man kann draußen doch eh gerade nichts machen. Wir müssen es machen. Mir, und das Wichtigste ist, dass ihr sagt, ich koche für uns was, wir essen zusammen. Bruder, ich habe aber noch nie gekocht. Du hast noch nie gekocht? Aber du musst jetzt immer sagen, das ist das Wichtigste. Arbeit nach Mochenende wie immer. Arbeit nach Mochenende wie immer. Arbeit nach Mochenende wie immer. Okay, Bruder. Was war jetzt die Quinte der Geschichte? Genau, die Quinte war auf jeden Fall, Corona ist das Beste, was uns Männern passiert ist. Corona. Weil? Auf jeden Fall mit nach Hause. Quarantäne. Ich kann draußen eh nichts machen. Okay, Bruder. Was machst du denn jetzt? Die Dame, die du zu dir nach Hause holst, die hat Corona, Bruder. Corona. Bruder, ganz ehrlich, dann bitte ich zu Gott, dass ich gesund bleibe. Okay. Danke für deinen Teilnahme. Wir brauchen den Nächsten. Okay, okay. Also wir hatten gerade Hitsch den. Hitsch den. Hitsch den. Wir hatten Hitsch den. Hitsch den. Wir brauchen jemanden Neuen. Ja. Ja. Also Jem hat zu den Gitarrenspielern gerade geschrieben, macht sein Handy aus. Hälge auf den Nächsten. Was läuft? Was läuft? Also ich kann mit einer Hand klatschen oder mit meinem Beat zeigen. Okay Bruder, dann zeig uns mal. Dankeschön der Nächsten. Ja. Es wird heiß, es wird heiß! So, hallo Rizzi? Rizzi, hallo? Deutsche Pass, Deutsche Pass! Ich komme hier Deutschland für Deutsche Pass, ich mache Fufu, du weißt? War das krass? War das nicht krass? Ja, okay. Hat alle Leute da draus? Rizzi, ich bin Comedy. Danke! Und der Nächste! Wir brauchen den Nächsten! Okay, Trim, du bist wieder am Start. Trim, Trim holt die Nächsten rein. Lass es jemand guten sein, weil ich schwirr. Wir werden wieder Rap-Battle machen. Ich schwirr, glaub ich, noch einen Rapper jetzt rein. Trim! Was ist das für ein Rapper? Trim mit dem Matching Finger! Wow! Ich war stoned oder so? Ich war stoned oder so! Ich war stoned oder so! Ich hab vergessen, ich war stoned oder so! Stoned oder so! Stoned oder so! Sie stoned oder so! Sie stoned oder so! Wir haben den nächsten Gang! Ja! Bruder, erzähl uns dein Talent! Talent! Bruder, ich mach Beats, ja? Bruder, du kannst uns doch nicht hier live zeigen, wie du Beats machst oder zeigst du, wie du Beats machst? Ich könnte das Zeichen auch im fettigen Beat zeigen! Ja, nein Bruder, das suchen wir nicht. Vielen Dank für deine Teilnahme! Yes! Out! 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 Das war am Anfang. Der will ich schon meistens sagen. Und die Los! Was ist dein Talent? Also ich rappe gerne. Und dann stelle ich das auf Instagram. Hast du einen Beat? Ja, ich habe gerade einen Beat. Fällt es aus, Mura, was du auf der Seele hast? Okay. Wir hören dir zu. Hört man das? Ja. Ja, das ist perfekt, Mura. Okay. Kipp den Weißwein in mein Glas rein. Lasse niemanden mehr in dieses Herz rein. Ja, ich will allein sein, aber Baby, nein, nein. Ohne dich, glaube ich ohne Sinn. Auf den Bord schneiden. Und deine Freundin kippen. Sie weiß ganz genau, sie wird mehr zu mir fassen. Ein paar Sekunden, die Frauen fangen danach zu tanzen. Baby, das ist Flair und kein Lila. Ich bin ein, zwei Feuer und der Arm wird nicht teuer. Alle kriegen fache Neuer, denn der Dilo ist am Steuer. Gebe Gas in der Nacht, ich bin wach. Du stellst mir eine Frage und du sagst, was ich mach. Bis ins Modlich. Baby, geb ich Gas, keine Fokus, sondern kurz. Ich komme mir nicht mehr klar. Die Lippen sind wie Konig. Doch immer wenn du fragst, wo ich war, denk ich nach. Zilo 6-2, mach mal leer! Ohhhhhhhhhhhhhh! Zilo 6-2. Hey, hör mal zu Bruder. Ich sag dir ehrlich, du hast eine schöne Stimme. Du hast eine sehr schöne Stimme, wirklich. Danke schön. Bruder, arbeite ein bisschen an deinen Texten, dass man ein bisschen mehr, dass man so, weißt du mal, ein bisschen mehr auf was Besonderes wartet. Aber mach auf jeden Fall weiter, du hast eine schöne Stimme, du hast ein Takt gefühlt Bruder. Danke, dass du mitgemacht hast. Zilo 6-2, mach mal leer! Ja! Ja! Scheiße, Zilo 6-2 hieß eigentlich Zilo 6-8! Ja! 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 6-8! 6-8! Wir haben wieder die 2! 2! Weiter gehts! 2.000! Wir holen die nächsten hier rein! Was gehts? EY WAS LIND!! Wo ist Papi? EYUWA! Ich kann rappen, Bruder. Ich kann rappen, Bruder. Ja. Okay, let's go. Let's go! Warte. Okay, hat man den Beat gut? Ja, Björns. Ey. Ich muss das hier vom PC ablesen, aber scheiß drauf, komm. Ey. Ey. Monogram. 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 Ey, Baby, ja, das ist Poof-Drip, seit Tag 1 bin ich ein Cool-Kid, will mit Dutzern im Pool chillen. Ey, ey, Drip erfließt durch meine Veins, ich will, dass meine mich schaßt, komm in die Bullen, mach Rätjes wie Tecky und Raze. Ja, Mann, ich laufe zu schnell, ich wollte ein Bruder TN, Hater, sie ecken wie Fans, kommt von Amiri die Pans, kommt von Amiri die Pans, Hater, sie ecken wie Fans. Highway 3 Vor erst nachzage, sag mal kurz den Instagram-Namen, Bruder. Ich hab noch nen anderen Account. Eine Sons, one chance, you got only one chance. Sag mal deinen Instagram-Namen, Bruder. Marko.plsk Marko.plsk, ganz kurz nur ein Tipp von mir, Bruder, du kannst gut rappen, du hast ne super Stimme, Bruder, aber lass diese Marken Kacke, Bruder, das wird langweilig, sehlangsam. In diesem Sinne, danke für dein Teilnahme! Keine Magen. Keine Magen. Wir holen die Nächsten hier rein. Wer ist der Nächste? Luna for Rick Cliffs. Wir haben ein Special Guest im Chat. Ring Tintin ist am Start! Und macht nur Lippen, Ring Tintin! Ring Tintin! Ring Tintin! Wir brauchen noch einen Teilnehmer. Ring Tintin schreibt, Dio, Louis oder Fendi. Dio, Louis oder Fendi. Wow! Dio, Louis oder Fendi! Wow! Dio, Louis oder Fendi! Dio, Louis oder Fendi! Dio, Louis oder Fendi! Wow! Yeah! Rinn! 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 Prada Baby, lass du es! Yo, 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 bro! Yeah! 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 Wir haben den Nächsten. Applaus, Applaus! Ey, Bro, ich war bei dir in Halbronn-Mobilat, war ich voreckt, falls du dich erinnerst. Oh, shit! Ich weiß es nicht mehr, aber geil! Sag mal deinen Insta-Namen, Bruder. Swann613-Official. Swann613-Official. Zeig uns, was du drauf hast, mein Bruder. Ich hab grad nichts da, aber ich kann dir mein neues Lied zeigen, wenn du Bock brauchst. Nein! No! Life with the camera or nothing. No! Okay, ich geh Bro. Danke für deine Teilnahme, mein Bruder! Wir sind gefickt. Ihr müsst alle Leben ist gut. Wir machen weiter. Wie holen wir rein? Mitch, wie holen wir rein? Oh, damn. Stay high. Ich hab eine Richtung. Ich brauche meine magic fingers. Mitch holt den nächsten Gast rein. Wir sind immer noch bei 2. 2. 2 in der Karatelera. Let's go, Young Pablo. 2K. Yo, was läuft? Yo! Alter, was geht? Warte, einen am Rollen. Warte kurz. Wir wollen kurz warten. Bist du ready, Dikta? Auch mit gar keinem Reden und so. Karatelera. Karatelera. Bro, ready, ready. Young Pablo, let's go. Young Pablo, bro. Wir hören alles. Baby, es ist spät, also lass mal besser schlafen gehen. Ich leg mich auf die Däsche, seit dem Träum vom AMG. Ich mach die Augen auf und es ist wieder morgen. Immer noch die gleichen paar Probleme oder Sorgen. Deshalb knack ich noch eine Runde. Es ist Viertel vor vier. Ich bleib im Bett und sie bringt die Mittel zu mir. Nimm die Skittel zum Gier. Ey, tipps aus die Beat-Tapes. Drehm im Volli auf, entspannt mein Girl, spielt DJ. Oh, school. Oh, school. Oh, school. Oh, school. Jeder will, man heißt das Mensch nicht. Bang, bis die P*** an der Wand hängt. Und man eine Sache in der ganzen fucking Stadt hängt. Man sagt Geld spielt keine Rolex, deshalb will ich davon zwei. Grasche Texte kicken und nicht arbeiten dabei. Weil ich Papa Lines schreibe, da keep your rhymes right. Frage mich nur, wo der Hype bleibt. Ist okay, Digi, feier mich nicht. Weil man heutzutage Rappern an den Einnahmen misst. Wir haben einfach gekippt und lassen auch den Beat das Herz sprechen. Vielleicht werdet ihr es seines Tages wertschätzen. Gang. Hey, Pablo Keule. Was geht ab? Ich glaube, wir haben dich alle gefeiert. Du kannst auf jeden Fall rappen, Bruder. Korrekt, fühle ich. Danke, Mann. Du hast einen Style am Start, Keule. Du triffst den Tag. Danke, Mann. Das ist super. Zieh dein Ding durch. Die Lines, die du gesagt hast, waren sehr gut. Dass man heutzutage Rapper nur noch an Einnahmen misst und nicht mehr an Skills, Bruder. Ich feier, was du sagst, Bruder. Real Talk. Yes. Und zieh durch, Bruder. Wir haben deinen Namen. Falls du der Gewinner bist, wir melden uns. Ba, ba, ba. Wir brauchen den nächsten. Rin Tin 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 Tin. Hol mir einen Special Guest hier rein. We need some Specials. Rin Tin 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 Tin. Special Guest. Special. Special. Rin Tin 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 Tin. We got Rin Tin 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 in here, independent. Oh, mein Gott. So fest, Bruder. Ich freue mich extra. Alles gut, Bruder. Was macht's dir? Gut, Bro. Ganz klassisch Burger bestellt. Und ich chill meinen Arsch gerade. Ja, Bruder. So technisch geht's dir ähnlich wie mir, wie ich sehe, Bro. Boah, Bruder. Lass mich drüber reden, Bruder. Der Ansatz, Bruder. Boah, egal. Ja, was läuft, Bro? Wie ist das Leben nach der Tour? Was machst du? Erzähl mal den Leuten ein bisschen. Ganz ehrlich, Bruder. Das ist die Pause, die ich so seit drei, vier Jahren mich nicht getraut habe zu nehmen. Sehr schön, sehr schön. Macht mal alle Applaus für Rin Tin Tin. Diese Pause hat der Mensch nicht verdient. Vor allem Leute, die hier drin sind. Ich habe live miterlebt, wie der Mann gearbeitet hat am Album an der Tour. Diese Pause hast du dir verdient, mein Bro. Verdient. Monster. Dankeschön. Und wir haben die dreieinhalbtausend. Wir haben die drei. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hey, Louis-Bretten-Fan, Libra, Da, Gucci. Don't add me, Alter. Ey, jetzt mal Live-Diskussion kurz. Wer fand Neue-Play-Boccardi einfach auch nicht gut? Also, ich fand Neue-Play-Boccardi nicht gut. Wer fand Neue-Play-Boccardi gut? Ich fand's auch nicht gut. No one? Bruder, wir sind uns alle einig. Hey, drei Jahre, drei Jahre und dann kommt er mit so einem Song, der auf Dialit hätte sein können. Bro, er hat sich festgesessen auf seinen Baby-Voice übertreibt mit allem Style. Ey, der hätte einfach einen von den 40 Leaks nehmen können, der wäre fetter gewesen. Bro, dieses Thema hatten wir gestern. Er hat gesagt, fast alle Play-Boccardi-Leaks sind besser als seine offiziellen Releases. Safe. Ich versteh's ja, du hast keinen Bock, so alte Songs rauszubringen. So, okay, cool, aber dann musst du auch noch mal einen fetto haben. Ja, wollte ich grad sagen, wenn du dann einen neuen droppst, dann musst du ja auch knallen. So, Alter, dann dropp doch wenigstens den mit Drake und alle reden wieder darüber. Ja, ich schwör's dir. Ich bin voll bei dir. Der mit Drake hat ich auch überfett angehört, das, was man bis jetzt gehört hat. Teller so nice. Aber, Bro, wie oft war das in letzter Zeit bei uns so, dass wir auf irgendwelche Releases von Abi-Künstlern gewartet haben, die wir jahrelang feiern lassen haben? Alles enttäuscht, Lil Uzi, enttäuscht. Cool, irgendwelche komischen zwei Alben mit so 14 Fehlern, Alter. Ich hab das eigene Schüren bei Gott noch nicht mehr gehört. Welches? Die sind Lil Uzi, diese zwei Alben. Bro, ich hab das... Nicht mal ganz gehört. So, ich sag's, so fünf Songs oder so. Ich muss eine Sache sagen, diese Deluxe-Indition hat ihn gerettet, weil da so ein, zwei Leaks drauf war. So, Alter, wie? Ja, ja. Ja, wie Myron und so. Genau, genau. Das hat ihn gerettet, aber das erste Eternal Attack, was rauskam, war komplett Quatsch, meiner Meinung nach. Für alle Leute hier im Chat. Müll, Alter. Für alle Leute im Chat, Rill und ich haben an dem Tag, als rauskam, beide gesagt, es ist whack, aber wir warten noch mal ein paar Wochen, vielleicht kommt es. Es kam nicht. Es ist immer noch whack. Es kam nicht. Es kam nicht. Lil Uzi, wo bist du? Was soll das? Diese vier Minuten No Hooks. Ich stress dir. 100%. Stressig, rap, rap, stressig, Alter. Ich bin voll auf deiner Wave. Aber ich sag mal so, Jairon und ich, für alle Leute im Chat, wir hatten einmal ein Thema gehabt, dass wir damals immer den Punkt hatten, dass wenn irgendwelche ganz Großen, von denen wir selber Fans sind, wie ein Drake oder Travis released haben, dass uns das angespornt hat, ein Studio zu geben, was krasseres zu machen, dieses Gefühl gibt es nicht mehr im Moment. Deswegen sind wir jetzt an der Reihe, das krass zu machen, was halt die anderen nicht krass machen. Safe. Safe. Und Leute, ich hab schon gehört, dass der Rini so alles gekocht hat, so auch nach seinem Alter. Oh, Bruder, ich hab schon neue. Also, das, was ich von Rini gehört habe nach seinem Album, ihr könnt euch ganz entspannt zurücklehnen und warten. So lange Corona mal endlich vorbeigeht. Aber ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Danke dir, Bruder. Danke, dass du wieder warst. I love you, Bruder. Wir hören uns. Viel Spaß euch. Wir hören uns. Macht man ab für Rini Tintin! Wir holen den nächsten Special Guest rein. Danke, Rini Tintin, für diese Teilnahme. Wir brauchen wieder ein Talent. 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 Wir brauchen ein Talent. Yeah. Ich bin bei Risi, Dika. Wir haben das nächste Talent-Applaus. Ey, Bro. Alles okay. Wir bei Rini Tintin, Dika. Ich muss gerade... Wissen Sie nicht, Rindu, Bill, Bro? Rit. Ich bin gerade live bei Risi. Ruk. Sehr geil. Wie heißt das oder wie ein Schaden? Young Schaden. Young Schaden. Young Schaden, was ist dein Talent? Was ist dein Talent? Was ist dein Talent, Brody? Was ist dein Talent? Hört ihr mich noch? Wir brauchen Talent. Dika, ich habe jetzt zwei Wochen noch rausgebracht. Wir brauchen nur zwei Wochen. We don't need no cloud! No cloud allowed! No cloud allowed! Next one! Out! 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 Cloud is out! Cloud is out! We need the next talent! 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 We only need talent! Talent! So, my dear friends, have we here a special guest in the chat? What's going on? What's going on? Direct rapping, yeah? Raps you? Yeah, man! Leg loose, man! We need some fire! We need some fire! Fire, fire, fire! But I tried with my colleague, he is with my Instagram. No problem. Okay. I have Tiger, please. Let's go! Hört ihr mich gut? Hört ihr mich gut? Wir hören mich super! Baby, nimm mich Daddy Daddy, ich bin selbstverliebt. Prep die Zeit, crazy runter, gib mal Major Deal. Trag den Adidas, Drucker so wie Run. DMC, Ember Rose, Bitches schreien das, Ember am 10. S-Class, mattweiß, kickdown. AMG, Blick geht's, street down. Money paying in the bank over 6-0. Ich schreit zu John rüber, ey! Fick die Hose! Ich share mit der Gang, mache wieder gar nichts. Ja, sie hören wieder zu, wie diese Parts geht. Ja, ich schwör, Bruder, ihre Blicke machen Panik. Doch ich schwör, Bruder, ihre Ärzte sind magisch, ey! Ja! Das war der eine Part. Oh! Kann ich machen, Bruder? Sag uns deinen Instagram-Namen, Bruder. Emre 084. Wie? Emre 084. Emre 084, Bruder, ein Tipp von mir. Ja. Also rappen kannst du jetzt nicht so, als würdest du nicht rappen können, Bruder, aber diese Themen, über die du rappst, die hat jeder schon 400 Mal gehört. Bruder, mach deinen eigenen Style. Entwickel das, rapp über das, was dir auf den Herzen liegt und nicht was du gerne hättest oder so. Weißt du, was ich meine? Weil viele Rapper rappen über irgendwelche Sachen, die die gar nicht besitzen oder gar nicht fühlen. Deswegen rapp das, was du fühlst, Bruder, das ist das Wichtigste. Ok, korrekt, Bruder. Und dann wirst du ein richtiger Künstler und nicht nur ein Hype-Rapper, mein Bruder. In diesem Sinne. Ja? Yeah! Ja! Riezy Advice. Riezy Advice. Wow! Wir brauchen den nächsten Clemens. Kommt Clemens bei uns rein? Clemens, gimme so, gimme so, gimme so. Come on. No pressure. Clemens hat abgelehnt. Clemens, I hate you. Wow! Wir brauchen was Neues. Neues. Lampenfieber. Du sagst es. Du sagst es. 8-9. Du sagst es. Hey. Haben wir hier nur voll die Anfragen geschickt und dann nicht reinkommen oder was? Wo sind denn eure Eier? Kindergarten. Kindergarten? Schabeb, Kindergarten. Kindergarten. Pussis. 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 Oh! 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 Ich dachte, der will rappen jetzt. Ja, Keul, hast du ein Talent oder? Ja, Bruder. Ich wollte bei Farid Bang eigentlich versuchen später. Ja, Bruder. Bitch. Wir sehen uns in die Szene. Hey! Ich schicke dem Farid deinen Instagram-Namen, damit er dich nicht dran nimmt. Blacklist, Blacklist, Blacklist. Wir kommen mit ein bisschen Haarline-Musik und so zwischendurch. Ja. Aiwa! Aiwa! Wir haben die Leiste! Oh! We got a new Handbrake. Handbrake. Ich liebe die Gitarre, ja? Semisum. Semisum. Shiff zu mir? Semisum? Volleffort... Semisum. Aha! Aha! Musik 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 Der Farid schreibt, ich lebe den dran. Der Farid hat gesagt, er nimmt ihn rein. Du kriegst Nachschub von Panama. Du hast gehört. Können wir noch mal einen Applaus für den Special Guest Farid Benner? Wir haben Farid. Und wir holen die Nächsten hier rein. Den haben wir hier. Farid, komm hier rein. So. Is there. Where's the Hennessy? Hennessy. Ist leer? Au. Was haben wir hier noch im Blitzschrank drin? Wir müssen eine kurze Trinkpause machen, Leute. Wine, wine, wine. Wine, wine. Freunde, Farid Benner ist in der Haus. Wir warten immer noch. Die Show ist fake. Umdeutsch nur gibt es das Original. Nein, nein, Farid. Die Show ist real. Die Show ist real. One, two, three, Quentin Quaritino. Let's go. Die Show ist das Original. 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 Ist das Original, Leute? Original. So. Tori Lenz von Wish. Wie gesagt, alles super. Und wir holen die Nächsten Talente rein. So. 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 Was geht ab? Der David Sam auf jeden Fall am Schießen. Keule. Hey. 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 Gas. Ich habe fast. Ich habe fast. Gerade geschrieben mit hoch. Keule, was ist dein Talent? Rappen, rappen. Okay. Hey. 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 Guck mal, eine Kette ist heavy. Bad Bitch namens Mandy. Bad Bitch, süß wie Candy. Bring sie ruhig mit, denn ich kenne sie. Oh. Red mal nicht viel über Handy. Du bist am schnorren wie auf Handy. Ich bin am haten. Ich bin am horten wie Benjis. Popkanne Eddie und Zannis. Rockstar Lifestyle so wie Lenny. Henny, 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 Henny. Unendlich leben wie Kenny. Oh. Kriegst du Skinny, keine Fettys. Du hörst diesen Track, ist glitt, ich verbrenn ihn. Mein Freund, meine Freunde sind geißer wie Danny. Phantom. Rolls Royce, ja der Phantom. Deine Olle in der Mansion. Das ist wahr. Henny, 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 ich bin am Dancin. Digga, merkst du diese Hektik? Bei diesem Track mach ich ein Backflip. Sieh mich am Block, wie ich Cracktick. Und der Bulle, ja der checkt nichts. Weil das T-Shirt ja auflässig. Kleine Kunden sind zu stressig. Bei deinen Junt ja, ja da pass ich. Oh. Okay. 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 Wow. Wow. Tschüss. Erzähl, Bro, was hältst du davon? Bro, ich sag dir ehrlich, persönlich, ich kauf dir nicht wirklich ab, was du rappst. Und das ist für mich das Wichtigste. Das heißt, wenn du jetzt die Henny-Buddle in der Hand hättest und jetzt hast du rappt, Henny, 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 dann wärst du der Shit, Bruder. Du hättest die Henny-Flasche in die Hand nehmen müssen. Aber danke für deinen Teilnahme, sag mir dein Instagram-Namen. He could have been different, man. Man. He could have been different. Okay, mein Bruder, wir haben dich. Danke für deine Teilnahme. Wir holen den nächsten Spielern. Yeah. Ich schreib hier mal, mein Schweißflex, spannend. Ja, es ist sehr heiß hier drin. Sehr heiß. Wir haben die Heat hier. Okay, wir holen rein, Jim. Wir haben doch neun Minuten in dem Livestream. Neun Minuten. Neun Minuten, Leute. Neun Minuten. Such einen aus, okay. 6-8. Der nur 6-8. Der nur 6-8. Der nur 6-8. Zeig uns, was du kannst. Wir warten. Nicht schon ein De... Ne, es ist Dilo 6-8. Okay, okay. Oh, wir haben den NICHT! Wir haben den NICHT! Was geht, Mann? Was ist dein Talent? Bruder, ich spiele ein Rapper und so. Ein bisschen. Ich weiß doch. Ich hab auch schon den Beat, Bruder. Zeig uns, was du drauf hast, Bruder. Okay, Bruder, gib dir. Hört man den Beat? Ja. Okay. Hey. Ja. Es geht um Paramount, die Bitches Keys. Ketten machen wie zu G's. Du bist kein Gangster, nur weil du einfach fein liest. Masche wird da voll. Album geht schnell gold. Und ich hustle in mein Block und frag mich ständig, was das soll. Nur noch eins als bei die Summer Jam. Trip to heart, so die Gannerin. Push haste in der Gegend wo. Nachts nur noch, dass Stani brennt. No, I'm back from the drugs. Hotel session mit Slut. Pack die Packs, mach mein Schnapp. Real G's never stuck. Fühle mich wohl, wo ich bin. Doch bin noch nicht da, wo ich hin will. Komm in dein Block, nimm mit dein Nord, wo nahe deine Abis sind still. Bitches Schaf, wie die Klingel vom Kehl will. Ja, sie hängen, weil die wissen, dass ich ne Richard Mill will. Millie, Millie. Cash. Money. Bitches. Cars. Mache Patte mit den Bars. Laser. Shots auf deine Brass. Ivan. Mandy. Tony Stark. Cash. Money. Bitches. Cars. Mache Patte mit den Bars. Laser. Shots auf deine Brass. Ivan. Mandy. Tony Stark. Tony Stark-mäßig komm ich in dein Ghetto rein. Aufgewühlte Seelen, denn es könnte ihre Rettung sein. Meine Hand fliegt auf sie so wie ein Rettung sein. Alle meine Feinde sollten lieber mal in Deckung sein. Rolle das Heißen aus OCB. Zerre das Cash bei den großen Stil. Nie dran gedacht, bitte kommst du dealen. Trässliche Height, alle Navy-Stil. Den Lektischen, die wir zu gehen, wird siegen. Kelly Fieden. Wow. Wow. Hatte, weil sie mich für meine Jungs wiederhacken. Gott, die Hände. Hey, MTTM, renne die Bank für die Fam. Ja, MTTM, siehst du die Straßen, die brennen. Digga, setz dich in QT. Dir was rauch in dem Coupé. Deine Chick will nicht mehr gehen. Yala, ciao, auf Wiedersehen. Cash, back. Ey. Ja, Mann. Mach mal Lärm für Denno. Bruder. Dankeschön, Bruder. Du bist auf jeden Fall ein super Rapper, muss man dir nicht sagen. Bruder, ich danke dir von Herzen. Du hast super Lines. Ich kaufe dir auch nicht ganz ab, was du erzählst. Ich kaufe da sehr viel, sehr viel Cap noch dabei. Aber wenn du das noch auf das, was du wirklich zu dir beziehst. Bruder, Bruder, guck mal. Bruder, no Cap, no Cap. Jeder soll für dich machen, weißt du, was ich meine? Ich erzähle wirklich viel von dem, was abgeht, Bruder. Und wenn es nicht abgeht, das erzähle ich auch nicht so. Aber du weißt, was ich meine. Man muss ein bisschen, es ist einfach dieser Flex, wo man vielleicht sich einsehen muss, dass man manchmal übertreibt ein bisschen. Aber das ist ja auch Musik so. Ist Entertainment, Bruder. Ist Entertainment. Du hast vollkommen recht. Aber ich danke dir, Bruder. Ist in Entertainment, muss rein. Es darf nur kein Cap sein, Bruder. Aber du bist ein Rapper. Check alle Denno6800 aus. Wir haben deinen Namen. Falls du dein Gemüter bist, dein Bruder. Du bist dein Gemüter. So, wir haben noch sechs Minuten in der Talentshow. Okay, wer sucht die nächsten aus? Wir haben sechs Minuten. Oder die nächste. Fana. 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 Ohne Aufregel. DJ Fana. Ohne Zitter. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Der folgt mir nicht. Der folgt mir nicht. Der folgt mir nicht. Der folgt mir nicht. Der ist mehr Zeit als Dinger. Als Angela Merkel mit Ansprache. Da kommt nichts. Da steht kein Laden. Nein, Mann. So, wir haben noch fünf Minuten in diesem Livestream. Wir holen. Den holen wir. Dann steil ich mir schon. So. Zack. Oh, Koile. Wir haben die nächsten Teilnehmer. Was ist dein Talent, bro? Lorten von Bretten. Oder leg los. Zeig uns jetzt was. Kannst du uns ein bisschen? Wir haben noch fünf Minuten. Leg los, Koile. Fünf Minuten. Fünf. Fünf. Ha, Alter. Voll. Habt ihr jemand einen Favoriten hier? Ich glaube, der nun ist es. No. No. Spiel die Wettbewerbzeit. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Du bist ja doofig. Ja, Mann. Ja, die Mann. Ja. Ja. Ja, Mann. 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 Ob ich heiße, ich weiß es nicht. Wunderbar, du verstehst nichts, Bruder. Nope, unstippt. Du musst den Beatles auf den Schleißer machen, oder so, Mann. Für man hört sich nicht richtig. Ja, okay, warte. Du hast nur eine Chance, du bist der letzte Teilnehmer. Für die Köpen, mir ist teuer, lass einen Kicken. Stand door, tue ich schicken. Baby muss nur drauf klicken. Big Feuer für die Köpen. Mir ist teuer, lass einen Kicken. Stand door, tue ich schicken. Baby muss nur drauf klicken. Lauf, lauf vor dem Teufel. Nike Schuhe haben Flügel. Ob du mir glaubst, entscheidest du selbst. Nike Schuhe und ich fliege. Ob ich die Scheiße gerade wiege. Ehrlich gesagt, weiß es nicht. Aber irgendwann Gold ist weiß mit. Diamanten, Feinschliff.